Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute mal einen Zug mit organisiert. Auch ich denke ja darüber nach, irgendwann mal eine kleine Stadt zu bauen. Und hier darf natürlich ein Zug, beziehungsweise mehrere Züge dürfen hier nicht fehlen. Ich wollte mir jetzt unbedingt mal den neuen Zug anschauen und mit euch testen. Die neue Fernbedienung, vielleicht gewöhnungsbedürftig, vielleicht ist es auch eine tolle Sache. Das muss man ausprobieren, kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen, da ich das selber noch nicht in der Hand hatte. Auch ich hatte in meiner Kindheit einen Zug, das war damals die 4559. Dieser Shuttle Express, dieser gelbe, der hat uns Spaß gemacht. Da hatten wir viel Freude an dem Zug. Hat damals so um die 200 Marke kostet, wenn ich mich noch recht erinnere. Also wir mussten wirklich lange darauf sparen, bis wir uns den holen konnten. Aber ja, es war einfach fantastisch damals. Jetzt gucken wir uns aber heute mal das Neue an. Wir haben hier die 60337, ein Set aus dem Jahre 2022. Wir haben insgesamt 764 Teile, 6 Minifiguren mit dabei und eine UVP von 160 Euro. Ja, schauen wir uns mal die Verpackung ein wenig genauer an. Direkt von vorne können wir direkt den Zug auch schon betrachten. Wir sehen das hier schon. Der Abschluss finde ich ein bisschen schade. Könnte zum Beispiel auch so aussehen. Muss ich einfach mal schauen, wie das Ganze aber nachher in live aussieht. Wir haben hier einen kleinen Bahnsteig mit dabei. Wir sehen hier die Fernbedienung insgesamt nochmal. Wir sehen jetzt hier, wir haben zum Beispiel 8 Geradeschienen, 16 Kurven mit dabei. Das soll das Ganze dann insgesamt auf eine Länge von 1,20 Meter bringen. Okay, worauf ich gespannt bin, sind die Lichter hier. Es soll eine Lichtanlage mit dabei geben. Wir sehen hier auch nochmal selbst den Zug. Insgesamt eine Länge von knapp 90 Zentimeter. Das ist schon ordentlich. Ja, wird groß werden heute. Die Rückseite. Wir haben hier, das ist die Box. Das werden wir uns auch noch anschauen. Das interessiert mich auch sehr, wie ich das Ganze vom Smartphone aus bedienen kann per App. Schauen wir mal, ob das was taugt. Wir haben insgesamt hier das System, um die einzelnen Waggons zu befestigen. Wir haben vorne sitzt der Fahrer bzw. der Zugchauffeur. Ja, wir haben hier ein kleines Fahrrad, ein Rollstuhlfahrer. Hier ist der Eingang. Ich bin gespannt. Ich packe ihn mal aus und zeige euch mal, was sich in der Box befindet. Ja, Zettel. Das ist alles, was sich in der Box befindet. Was ich gesehen habe, wir haben insgesamt sieben Bauabschnitte. Wir haben hier noch ein paar zusätzliche Typen mit dabei, wo sich dann hauptsächlich die Elektronik mit befindet. Die Schienen, die habe ich jetzt schon gesehen. Das seht man hier. Also da haben mir die alten Schienen besser gefallen. Die alten hatten hier nochmal Metall oben mit drauf. Optisch war das natürlich wesentlich realistischer. Hier hat man eigentlich nur noch Plastik in der Hand. Merkt man auch gleich am Gewicht. Wesentlich leichter. Wir werden testen, wie das funktioniert. Die Bauanleitung ist hier in so einem kleinen Karton mit drin. Auch das packen wir aus. Schauen wir uns an. So, da ist sie. Es gibt mehrere Bauanleitungen, so wie ich das hier sehe. Okay, wir haben Nummer 1. Nummer 2 und 3 ist dann hier der Zug. 4 und 5 ist dann hierzu der einzelne Waggon. 6 und 7 ebenfalls ein Waggon. Ich habe jetzt richtig Lust auf Aufbauen. Ich melde mich gleich zurück. Ja, und hier auch nochmal eine kleine Ergänzung. Als ich das Ganze jetzt doch nochmal in die Hand genommen habe, habe ich gesehen, schaut hier. Sticker. Ja, ich liebe sie. Ein Spaß. Ich mag sie nicht. Es ist aber überschaubar. Dass das keine Prints sein können, ist fast verständlich. Bis auf dieses Zugsymbol hier, das schwarze. Das hatte man gerne als Print machen können. Ich lasse mich überraschen, ob das Prints überhaupt mit dabei haben. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Es sind auch Sticker dabei. Ich baue jetzt auf. Ja, ich melde mich zurück. Ich bin fertig. Eineinhalb Stunden sind verstrichen. Ich habe gemütlich gebaut. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich habe die Aufkleber sauber alle geklebt, beziehungsweise versucht sauber zu kleben. Auch das ist nicht ganz gelungen. Die Anleitung selbst, die ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, so wie wir es von Lego gewohnt sind. Da gehe ich jetzt selbst auch nicht drauf ein. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Beide Waggons hinten sind ziemlich identisch zum Bauen. Das war auch okay, soweit. Als ich angefangen habe zu bauen, also hier zum Beispiel in Heft Nummer 1, heißt es dann gleich die Schiene bauen, sowie diesen kleinen Bahnsteg hier. Das habe ich übersprungen. Ich habe direkt mit der 2 und 3 angefangen, direkt danach 4 und 5, sowie die Nummer 6 und habe mich dann auf die Schienen konzentriert, damit die mir einfach nicht im Weg rumliegen. Würde ich euch auch so empfehlen, aber das ist jedem das Seine. Schauen wir uns direkt mal die Minifiguren an. Ja, das sind sie, die kleinen Racker. Sechs Stück an der Zahl, alle exklusiv. Wir haben hier den Zugchauffeur, der hier, sowie eine kleine Schaffnerin. Rückseite, beide hinten nochmal bedruckt, schick gemacht, passt. So eine kleine Hippie-Braut, die hat hier so ein kleines Tablet noch mit dabei. Was ich hier spitze, finden sie in die rosa Haare. Wirklich toll, hat was. Kleinen Koffer hat sie mit dabei, alles super. Eine weitere Reisende, sowie diesen jungen Mann hier im Rollstuhl. Ich hoffe, der bleibt nicht immer im Rollstuhl, ist jetzt nur so eine vorübergehende Maßnahme. Die grünen Räder hier finde ich Geschmackssache, aber ansonsten ist der Kleine echt witzig. Also finde ich schön gemacht, passt. Und einen kleinen Fahrradfahrer haben wir auch mit dabei. So, der hier ist am Fahrrad. Und hinten hat ein paar kleine Taschen mit dabei. Ist schön gebaut. Das passt so für mich. Das ist absolut in Ordnung. Fürs Fahrrad gibt es auch eine Möglichkeit, das zu unterbringen im Waggon. Das schauen wir uns aber auch direkt nachher nochmal an. Die Zugmaschine, das Herzstück des Zuges. Ja, das ist hier natürlich in der Front mit verbaut. Im Heck haben wir hier den Motor. Von hier aus wird er angetrieben. Die Batteriebox sitzt direkt hier hinter, in diesem Bereich. Solltet ihr also mal Batterien tauschen müssen, ist das jetzt etwas unglücklich, da ihr einiges abbauen müsst insgesamt. Ich selber war mal wieder relativ schlecht vorbereitet, gebe ich zu. Ich hatte so gut wie keine Batterien da. Ich hatte also wirklich nur noch zwei Stück da. Insgesamt brauchen wir zehn Batterien. Was ich jetzt gelesen hatte in der Anleitung. Sechs Stück habe ich hier im Zug schon verbaut. Sämtliche Fernbedienungen funktionieren bei mir im Haus nicht mehr, weil ich die Batterien nehmen musste. Aber das ist jetzt halt einfach so. Hier oben könnt ihr das Ganze dann auch ein- und ausschalten. Hier ist das dann auch nochmal verbaut. Sieht man, denke ich, hier ganz schön. Blinkt gerade im Moment. Hier lässt sich der Zug auf jeden Fall einschalten und bedienen. Von vorne ist er sicherlich Geschmackssache. Meinen Geschmack selbst trifft er nicht. Gefällt mir insgesamt nicht so gut. Ich hätte mir hier eher ein paar eckige Elemente gewünscht. Das Runde passt nicht ganz aufs Eckige. Also man sieht ja hier, der steht hier ein wenig ab. Ist nicht so mein Ding. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber wie gesagt, jedem das seine. Cockpit vorne selbst. Könnt ihr auch mal reinschauen. Wir sehen jetzt hier, wir haben einen Print mit dabei. Hier sieht man es. So wie auch ein paar Kabel, die zu sehen sind, leider unglücklicherweise. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Lässt sich auch nicht anders bauen. Ist jetzt halt so. Aber ansonsten sieht er ganz schick aus. Farblich gefällt er mir gut von der Aufteilung her. Das passt insgesamt für mich. Ja, hier haben wir den ersten Waggon. Insgesamt schön anzusehen. Beide Waggons haben sich beide gleich bauen lassen. Das war aber insgesamt okay. Ich bin schon froh, dass zwei Waggons überhaupt dabei sind. Wir haben eine nette Bautechnik hier seitlich mit drin. Das lässt das Ganze einfach von der Optik her nochmal ein bisschen besser wirken. Gefällt mir insgesamt ganz gut. Es sind immer hier Magnete vorne mit dran. Also das heißt, ihr könnt hier immer weitere Waggons noch mit befestigen. Das passt für mich insgesamt ganz gut. Schöne große Türen. Das Dach lässt sich auch ganz einfach abnehmen. Das haben wir hier vorne und hinten. Dann könnt ihr hier auch mal mit reinschauen. Das heißt, wir haben hier vorne einen kleinen Speisewaggon auf der linken Seite. Auf der rechten Seite noch eine Sitzgelegenheit. So viel zu Waggon. Waggon Nummer 1. Waggon Nummer 2. Das ist, wie schon fast erwähnt, fast identisch. Also es sieht wirklich genau gleich aus. Wenn wir hier mal separat nochmal in den Innenraum reinschauen. Ihr seht ja jetzt gleich, wir haben zwei Sitzgelegenheiten. Hier ist eine. Und hier ist die andere. Also links und rechts eine Sitzgelegenheit. Und das Fahrrad lässt sich dann insgesamt aber auch nochmal drin anbringen. Da gibt es dann so eine schöne Wandhalterung. Das ist allerdings ein bisschen knifflig hier rein zu bekommen. Doch wenn man es mal drin hat, hier seht das, hängt das ganz gut und hält auch. Also das ist schon schön gemacht. Das passt. Jetzt bin ich so ganz zufrieden damit. Was wir außerdem noch haben, ist so ein kleiner Bahnsteg, der euch hier mit dazu gegeben wird. Ganz ehrlich, das Ding ist ein fertiger Witz. Lasst das weg. Also ich werde hier definitiv was anderes bauen. Wir haben hier nochmal eine kleine Karte mit Übersicht. Ein äußerst hässliches Bäumchen. So wie sie eine kleine Sitzgelegenheit. Aber auch wenn ihr jetzt hier mal schaut, hier der Abstand. Und wenn jetzt der Zug hier drauf steht, der wird ja dann nachher quasi hier so dran vorbeifahren. Also da kommt keiner rein. Kein Rollstuhlfahrer. Niemand. Die fallen hier alle unter die Gleise. Ja, da sieht man es. Der Abstand ist einfach viel zu groß. Muss näher ran. Sollte was anders gemacht werden. Ist okay, wenn was dabei ist. Aber das, nein. Nein, nein, das passt nicht. So, aber ich würde jetzt den Zug-Chauffeur mal bitten einzusteigen. Denn ich will unbedingt testen und fahren. Ich bin echt gespannt. Ich baue den Rundkurs auf. Den schauen wir uns jetzt an. Ja, alles ready. Alles startklar. Ja, ihr müsst zum einen, müsst ihr die Fernbedienung einschalten an diesem grünen Knopf hier. Und ebenfalls den grünen Knopf wählen oben am Zugelement. Dann verbindet sich das Ganze und funktioniert auch gleich schon. Wir haben auf der linken Seite, haben wir die Möglichkeit hier, aber plus, minus. Ja, plus, minus. So fährt das Ganze. In der Mitte hier auf dem roten Knopf könnt ihr das Ganze stoppen. Hier finde ich es ganz nett, zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Da könnt ihr mal vorne auf die Scheinwerfer achten, sobald ich die drücke. Ja, sind an, aus. Sobald ich mehrmals andrücke, könnte das Ganze auch viel heller machen. Bis zu einem Maximum am Grad. So, das ist jetzt Maximum. Sobald ich es wieder ausschalten will, einfach einmal rot drücken. Ja, oder so hell wie nur möglich. Finde ich schön gemacht. Jo, erste Probefahrt. Alles ist bereit. Es kann direkt losgehen. Wir starten. Es kann sein, dass es jetzt hier auf dem Tisch ein wenig laut ist vom Untergrund her. Das heißt, ich für meinen Teil werde jetzt erstmal die Klappe halten und im Video dann nachher den Ton etwas runterdrehen, dass das nicht allzu unerträglich für euch auf jeden Fall wird. Ja, wir starten direkt. Let's go. So, erste Stufe. Rotbremse. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Das Ganze geht natürlich auch rückwärts. So. Versuchen wir nun Vollspeed. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht aushalten wird. Ja, von wegen. Er hat es geschafft. Das macht so Laune echt. Schön. Schöne erste Probefahrt. Hat mir gefallen. Von der Technik selbst seht ihr also, das funktioniert wunderbar. Die Schienen sind lediglich nur zur Führung da, weil das war so ziemlich das Erste, was mich interessiert hat. Wenn die Schienen nur zur Führung da sind, müsste doch in der Theorie, ja, der Pferd, wo er will. Ja, also ihr könnt ihn überall fahren lassen. Was mich jetzt unbedingt noch interessiert ist, ist eine Steigung. Lasst uns eine Steigung ausprobieren. So, alle sind da, alle Zuschauer, alle sind gespannt. Ich habe hier mal ein bisschen improvisiert mit einem Star Wars Set, Ärger auf Tatooine. Für irgendwas muss es ja gut sein. Probieren wir es. Ab zur Steigung. Los geht's. Oh. Da sitzt der Zug auf. Schauen wir mal, was da los ist. Ja, ja. Ja, der hat noch so einen kleinen Spoiler hier dran. So, brauchen wir nicht. Den lassen. So, darauf. Versuch Nummer zwei. Ja, komm, komm, komm. Power, power, power. Nein. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr Anlauf. Kriegt's nicht hin. Alle guten Dinge sind drei. Diesmal Vollgas. Oh, ich habe abgebremst. Mein Fehler. Vollgas. Also ihr seht schon, das ist eine Nummer zu viel für ihn. Ein gewisses Maß an Steigung bekommt er hin. Können wir das Ganze mal testen, indem wir wirklich nur auf diesen Karten hochfahren. Ja, jetzt hängt es natürlich ein bisschen durch. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich habe jetzt nichts Passendes zum Unterlegen. Oh, das wird man leider machen. Auch ein Tacker. Muss man hier anhanden. Probieren wir das mal. Die Packdache. Ja, die würde er schaffen. Mehr ist allerdings nicht drin. Ja, und dann wären wir auch schon beim Fazit und der Zusammenfassung. Mir hat es mal wieder sehr, sehr Spaß gemacht heute. Zug war schon lange das, was ich mal wieder unbedingt bauen wollte. Da hatte ich so richtig Bock drauf. Wie ihr jetzt gesehen habt, wir brauchen einige Batterien. Ich bin das Ganze noch gewohnt von früher, wo das Ganze einfach über das Stromnetz mit angeschlossen wird. Da habt ihr dann einfach euren Stecker gehabt, euren Trafo gehabt. Hier fallen natürlich dadurch auch einige Kabel weg. So ist das schon ein bisschen einfacher mit der Fernbedienung, das Ganze zu bedienen. Ich habe das Ganze auch versucht, über die App mal zu steuern. Allerdings funktioniert das bei mir nicht. Also ich habe immer einen Ladefehler. Ich muss mal schauen, woran das liegt. Kann sein, dass ich mich hier ein bisschen blöd anstelle. Ich werde das auf jeden Fall mal noch weiterhin testen. Es hat jetzt so in dieser Form leider auf jeden Fall nicht geklappt. Minifiguren ganz hübsch. Der Bahnübergang, den könnt ihr euch schenken. Der gefällt mir überhaupt nicht. Lasst ihn weg. Front des Zuges ist Geschmackssache. Mir persönlich gefällt diese auch nicht. Also auch hier habe ich schon schönere Züge gesehen. Es gibt zum Beispiel auch noch den ECE. Dieser gefällt mir ganz gut. Ich muss mal schauen. Vielleicht gibt es aber auch für diesen Zug bereits schon eine Mock. Und jeder hat das selbe Problem wie ich und das selbe gedacht. Und das Ganze etwas schöner umgebaut. Denn die Waggons, die gefallen mir. Es gibt natürlich auch andere Modelle wie die 60197. Auch die habe ich noch hier. Das ist dann das Set hier. Auch hier gefällt mir die Front nicht sonderlich gut. Aber es ist ein kleiner City-Zug. Warum auch nicht? Ich kann auf jeden Fall die Schienen davon noch verwerten und gebrauchen. Den Zug selber werde ich mir definitiv auch noch anschauen. Mal schauen, was er so bringt. Auch hier sehe ich schon wieder der Bahnsteig. Das ist genau dasselbe. Also ja, einfach nichts Berauschendes. Und auch von der Rückseite her, wir sehen hier wieder ein paar Sachen mit dabei. Das ist okay. Das Set wird es kaum noch geben, beziehungsweise geht auch schon langsam aus den Regalen. Also wenn euch dieser Zug wesentlich besser gefällt, rate ich euch Schlag noch zu, solange es ihn noch gibt. Ich sehe hier oben schon gerade, der ist insgesamt nur 70 Zentimeter lang. Also erst etwas kürzer, wie jetzt hier die 60337, unser Schnellzug. Aber es ist alles geschmacksam. Ja, wie gesagt, Zug hatte ich so richtig Bock drauf. Das ist der erste Schritt, in den ich gehen werde, wenn ich dann hier auch mal meine kleine eigene Lego-Stadt aufbauen werde und möchte. Alles aber hier zu seiner Zeit. Also das braucht einfach mal ein wenig Zeit. Ich muss hier auch erst mal Platz schaffen, dass ich das Ganze machen kann. Hier werde ich auf jeden Fall auch noch Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Aber Tatsache ist, dass dieser Zug, so wie er dasteht, nicht so in die Stadt übernommen wird. Also auch hier werde ich definitiv ein paar Änderungen vornehmen. Ansonsten hat mir das insgesamt ganz gut gefallen. Von der Steigung her habe ich jetzt auch nicht viel erwartet. Ich denke, das Ganze müsste man einfach etwas länger ziehen, weil auch hier möchte ich dann gerne mal, wenn ich eine Stadt baue, so ein bisschen über die Berge, so mit einer Brücke und so. Man muss einfach mal schauen, inwiefern das die ganze Steigung dann zulässt. Aber das wird dann sowieso eine längere Wegstrecke werden. Und ich bin davon überzeugt, von der Kraft her müsste er es eigentlich schaffen. Auch mit zwei Waggons dran, das sollte eigentlich gehen. Ja, mir hat es auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen mit meiner Erfahrung jetzt hier weiterhelfen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Ich habe euch das Set unten mal verlinkt in der Infobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link kauft, erhalte ich auch nochmal eine kleine Provision, von dem ich dann wieder weitere Sets kaufen werde und euch zeigen werde. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr das nutzt. Es kostet euch deswegen keinen Cent mehr. Ich für meinen Teil werde wahrscheinlich jetzt nochmal was Weiteres bauen. Ich bin so richtig im Baufieber im Moment, auch im Zugfieber. Also auch der zweite Zug lacht mich hier schon gerade an, aber ich denke, das wird heute nichts mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal sehen. Habt einen schönen Tag, euer Bricknick. Vielen Dank. Vielen Dank.